Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. In letzter Zeit habe ich sehr viele Anfragen zu diesem Thema bekommen und zwar gibt es diesmal wieder ein What's on my iPhone. Viel Spaß! Ich habe hier das iPhone 5s mit der zweiten Beta von iOS 8. Fangen wir jetzt nun auch schon gleich an und zwar auf der ersten Seite auf dem Home Screen habe ich jetzt hier eigentlich die ganzen typischen Apple Apps. Zudem habe ich noch eine zweite Wetter App. Die finde ich irgendwie auch ein bisschen besser als die normale Wetter App von Apple. Ist nämlich die Yahoo Wetter App. Sonst habe ich eigentlich die typischen Apple Apps hier auch in dem Ordner, die Dienstprogramme, die halt auch schon normal dabei sind. Und dann hier unten im Doc habe ich dann noch WhatsApp. Dann kommen wir auf die zweite Seite. Da haben mich auch sehr viele in letzter Zeit nachgefragt, was sind denn so deine Top Apps für das iPhone? Ja, hier seht ihr sie auf der zweiten Seite. Fangen wir dann auch gleich oben an und zwar mit Tweetbot. Finde ich wirklich eine richtig klasse Twitter-Client. Den können wir gerne auf Twitter folgen. Link ist auch noch im Ordner in der Videobeschreibung. Dann geht es auch weiter mit der Facebook-Seiten-App. Für meine Facebook-Seite, um die ein bisschen zu managen. Und dann die normale Facebook-App für meine normale persönliche, private Facebook-Seite. Und dann eben Facebook Messenger. Dann auch eine äußerst praktische App und zwar DB Navigator, um jetzt Zugverbindungen, Busverbindungen und so weiter rauszufinden. Dazu ist sie wirklich am besten geeignet, finde ich. Foursquare ist auch so ein soziales Netzwerk. Um jetzt an Orten einzuchecken, könnt ihr mir auch eine Freundschaftsanfrage schicken. Heiße ich auch iPhone-Mager, wie eigentlich überall. Dann die Apple-Store-App und Instagram. Instagram nutze ich auch sehr, sehr oft neben Twitter. Könnt ihr mir auch sehr gerne folgen. Auch iPhone-Mager, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Dann habe ich noch die iPhone-News-App, um jetzt die neuesten Technik-News und so weiter mal abzuchecken. Das gucke ich aber meistens auf dem iPad oder auf dem Mac an. Deswegen habe ich jetzt hier auch noch 90 ungelesene News. Daneben Datennutzung. Das ist so eine Web-App. Und zwar kann man da sehen, wie viel Datenvolumen ich jetzt in diesem Monat noch frei habe oder schon verbraucht habe. Ist von Telekom wirklich sehr praktisch. Daneben Spotify habe ich gerade geupdatet. Deswegen dieser blaue Punkt daneben. Nutze ich auch wirklich sehr oft mal als Alternative zu der normalen Musik-App bzw. auch mal, um jetzt was anderes zu hören. Daneben dann Schrittzähler, um jetzt mal die Schritte zu ziehen. Das Ganze geht aber nur auf dem iPhone 5S, da halt dieser spezielle M7-Prozessor verfügbar sein muss. Daneben die Google-App, um mal schnell etwas zu googeln, was jetzt besser ist manchmal als die normale Safari-App. Denn hier hat man das Ganze von Google direkt und so. Finde ich ein bisschen besser. Dann habe ich die Remote-App, um jetzt meine iTunes-Mediathek auch über das iPhone steuern zu können. Dann ist noch eine App von Apple und zwar Bug Reporter. Und zwar, das ist jetzt auf der Beta nur dabei. Da kann man jetzt Bugs melden oder Fehler. Halt die in der Beta sind, die kann ich da einfach melden an Apple. Dann habe ich iBooks. Ich weiß gar nicht, warum ich das auf der ersten Seite hier habe. Nutze ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Und daneben OneFußball ist halt eine Fußball-App, um jetzt nochmal bei der WM die Ergebnisse abzuchecken. Und ja, finde ich auch ganz praktisch. Ist leider ein bisschen Werbung dabei, aber dafür ist sie kostenlos und reicht eigentlich im Großen und Ganzen auch aus. Kommen wir auf die zweite Seite. Hier habe ich jetzt eigentlich die ganzen Ordner. Ich hatte früher immer mal wesentlich mehr Spiele. Jetzt habe ich eigentlich nur noch diese paar Spiele hier. Und zwar sind das eigentlich so Spiele, die man unterwegs gut spielen kann und so. Ich will jetzt gar nicht auf jedes Spiel einzeln drauf eingehen. Aber ihr seht es schon. Diese Spiele spiele ich jetzt mal, wenn mir langweilig ist oder wenn ich im Bus sitze, eine lange Zugfahrt habe oder so. Dann kann man diese Spiele, die ich eigentlich hier jetzt so installiert habe, wirklich sehr gut spielen. Ist halt für zwischendurch einfach mal, um jetzt ein bisschen abzuschalten oder ein bisschen lange Weile zu vertreiben oder so. Das ist wirklich sehr gut geeignet. Kommen wir in den nächsten Ordner. Und zwar Produktivität. Da habe ich jetzt hier eigentlich am meisten Apps drin. Und zwar Speedtest, um jetzt die Internetgeschwindigkeit zu testen. Currency, das ist so ein Währungsumrechner. Fritz Phone, da kann ich jetzt über mein iPhone, über unsere Fritzbox kostenlos telefonieren. Scan, das ist halt für QR-Kurs und so, um die halt einzuscannen. Mein iPhone suchen ist halt von Apple diese iPhone suchen oder diese Gerätesuche-App. PayPal, sollte eigentlich auch jedem klar sein. Regenradar, um jetzt zu gucken, wann es mal wieder regnet. Zeitungskiosk nutze ich jetzt überhaupt gar nicht. TeamViewer ist eigentlich auch relativ praktisch, wenn ich mal unterwegs über das Internet dann auf meinen Rechner zu Hause zugreifen möchte, um jetzt ein Video hochzuladen oder so. Das ist eigentlich dazu relativ praktisch. Und dann habe ich noch hier auf der nächsten Seite Lieferungen. Finde ich eigentlich die beste App jetzt, um die Lieferungen zu verfolgen. Kostet irgendwie 3 Euro oder so oder 4 Euro. Lohnt sich aber, wie ich finde. Und die nutze ich eigentlich auch schon seit längerer Zeit. Dann habe ich jetzt den nächsten Ordner Essen und Trinken. Da habe ich jetzt die drei Apps. McDonalds, Smiley's Pizza, das ist so ein Pizza-Service hier. Und dann Burger King. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Ordner. Da habe ich jetzt einmal die normale Twitter-App. Wenn jetzt mal Tweetbot nicht so gut funktioniert, denn das gab es auch jetzt auf der Beta, da hat Tweetbot jetzt nicht ganz funktioniert. Da konnte ich jetzt zum Beispiel nicht retweeten und so. Geht mittlerweile aber auch schon wieder besser. Und dann habe ich die App von Tipico, Podcasts, auch von Apple und Around Me, um jetzt mal zu gucken, was um einen rum so los ist. Das war es jetzt eigentlich auch im Großen und Ganzen auch schon wieder. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne auf den sozialen Netzwerken folgen. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir doch auch mal eure Top-Apps auf eurem iPhone oder iPad, was auch immer, unten in die Kommentare. Wird mich interessieren, welche Apps nutzt ihr am meisten. Und ja, das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.